Konnichiwa, meine Freunde! Schön, dass ich euch hier begrüßen kann und zwar ist das hier ein neues Format auf diesem Kanal und zwar geht es hier um News. Und dieses Format wird sporadischer kommen, aber öfter und ist auch ein sehr kurzes Format, aber hier möchte ich eben News, die man nicht verpassen sollte, immer wieder mal mit reinbringen. Wir fangen an, denn eine der wirklich beliebtesten Edgy-Action-Serien hat Verspätung. High School DXD wird etwas später released werden, wurde heute bekannt gegeben und zwar heute um 17 Uhr bei Anime on Demand. Zur Verfügung steht natürlich die Originalfassung mit deutschen Untertiteln, wie es einem oft auch bekannt ist. Nur nicht, dass ihr jetzt verzweifelt und auf einmal denkt, die Serie wurde abgesetzt oder es kommt gar nichts mehr. Es ist einfach nur etwas verspätet und wird ab 17 Uhr für euch heute zur Verfügung stehen. Das musste ich jetzt dringend noch loswerden, denn alle High School DXD-Fans sind wahrscheinlich schon halb am Verzweifeln. Da ich andere News auch noch aufgenommen habe, schieße ich morgen einfach mal direkt die nächste Folge durch. Ich hoffe, ihr habt Bock auf sowas und dann sehen wir uns morgen. Sayonara! Ciao!